neuen aufnahme let's play minecraft aus der let's play welt natürlich ich sage euch das ist heute ich wollte heute eigentlich programmieren nur mein kopf meinte irgendwie ich explodiere lieber das fing so zwischendurch an als es hier gewittert hat dann kam eisregen und dann kamen diverse andere sachen die keinen spaß machen ne leute also man sagt ja der april ist unberechenbar aber das gerade geht mir doch ein bisschen gegen den strich so let's play minecraft was wollten wir machen wir wollten da unten unsere farm anlegen nein du hast keine elytra auf dem rücken wie keine ankündigung im dc emmy danke für 10 bits und schön dich auch von dir auch mal wieder was zu hören oder zu lesen vielmehr wartet mal ganz kurz ne es gab wirklich keine ankündigung im seltsam emmy wie geht's dir hau einen raus scheiße das trifft gerade irgendwie so gut auf alle so gut wie auf alle zu so ich brauche jetzt mal meine hacke nervlich sind wir momentan so ziemlich alle an der obersten belastungsgrenze moralisch auch aber erst mal hier platz da ist eine kuh warte mal ich probiere mal was meine youtube zuschauer ich blende jetzt die stream avatars ein das mache ich eigentlich so normal beim stream bisher hatte ich sie beim let's play immer ausgeschaltet sagt mir bitte ob das erstört oder ob das hilft ihr könnt zumindest darüber den twitch chat verfolgen denn der wird so in sprechbläschen angezeigt ich muss mal ganz kurz hier ja ja mach das mal klein ich hasse dieser händler wenn sie wenigstens was verkaufen würden was gescheit ist ja ja im Hallo. So, jetzt ist Ruhe. Arschloch. 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 Hallo, Steffen und danke für deine 100 Bits. Willkommen im Stream. ich glaube unser bot ist übrigens kaputt oder er mag mich nicht mehr hier machen wir dann schönes mauer kann noch hin liegt nicht an bord liegt an twitch ok na dann bin ich aber ruhig so wie machen wir das jetzt am besten am besten ist im westen tendenziell würde ich sagen wir gehen von hier aus 1 2 3 4 5 hier wartet mal machen wir hier hier fangen wir an hier machen wir das wieder raus dann kann das wasser nämlich rausfließen nein sie steht immer noch da oben drin musste ich jetzt auch erst mal kurz nachdenken so klein tina steht immer noch im turm da hat sie die beste aussicht muss sie ja nicht wissen keiner von euch würde mich ja verpetzen hallo perle ja Oh, reicht das für Tomaten oder Paprika? Ein bisschen wenig, oder? Egal, machen wir erstmal bis hier. Und dann gucken wir am Ende, wie viel Erde wir überhaben werden von den Planierungsmaßnahmen. Dann kann man immer noch ausbreiten. So, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das nächste Feld. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und heute muss man dann nochmal gut nachmedikamentieren zwischendurch, damit man heute Abend auch zum WoW-Wade fit ist. Den gibt es ja heute auch noch. HC, erster Boss und, ja, ich hoffe einfach mal zweiter Boss. So, drei Felder haben wir. Fehlen noch ein paar. Wir sollten uns erstmal ein Bett besorgen. Hier vorne sollte sogar noch ein stehen. Vielleicht steht hier sogar noch eine Ender-Chest von uns drin. Oh ne, ganz so viel Glück haben wir nicht. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Und daher geben wir mal. Vielen Dank. Immer wieder schön in dieser Welt zu spielen.